So Leute, kleine Zwischenfazit, wir haben jetzt hier 6 Tage geangelt, haben ca. 30 Hechte gefangen, 10 Barsche, einen recht großen Karpfen mit 10 Kilo, heute Abend probieren wir die vorne nochmal, der Christopher ist heute gekommen, der wird uns ein paar richtige Tricks verraten, Enrico sowieso, der packt heute Abend nochmal richtig aus seinem Buch aus, die Sand, wenn man so richtig den Schleif fangen will, dann zeigt er uns mal noch ein paar Tricks, hier ist das Wehr hier vorne, kommt ein bisschen Wasser raus, abends immer, machen wir erstmal den Grill an, ein bisschen was grillen, und dann, wenn wir ein bisschen angeln gehen, finde ich jetzt ganz leicht an zu regnen, eben das Mais hat nicht viel Gebissen, das Roma auch nicht, Boot werden wir glaube ich nicht mehr rausfahren, die Blinkart haben wir genug, und dann mal gucken, dann haben wir einen schönen Urlaub verbracht, 6 Tage angeln, haben viel gelacht, viel Spaß gehabt, ordentlich gefangen für unsere Verhältnisse, mal gucken, was da noch geht, bis dann.